We have to see what they are doing now. I think there will be new elections. It depends when they will be. I think we have to wait their discussions. Was bedeutet die Lage für die instabile Lage in Deutschland für die Europäische Union? Deutschland ist ein wichtiger Partner in der Union. Ich gehe davon aus, dass Deutschland die Probleme so rasch wie möglich in den Griff bekommen will. Werden Sie von jeder Punkte mit Frauen und der Leiberschaft verhandeln? Verhandeln werden wir hier sicher nicht. Das machen die Chefunterhändler. Aber wir werden uns über den Stand der Dinge austauschen. Merci.